Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft, CraftyTag7. Heute haben wir wieder Livestream auf Twitch. Schaut vorbei, wenn ihr Zeiten Lust habt. Und in dieser Folge kümmern wir uns mal darum, das Dorf komplett zu überarbeiten. Der Pilzdschungel wächst endlich durch. Und ich habe auch ein bisschen Technik weitergebaut. Der Ofen unten ist fertig. Ich hatte das Gefühl, das hat euch nicht so arg interessiert. Jetzt, wenn ich mir so die Folgen anschaue, die Redstone-Technik vom Ofen. Deswegen habe ich das mal fertig gemacht. Das kann ich euch aber auch gerne auch jetzt nochmal vorführen. Ja, da hat sich was geändert. Ich schaue mal kurz nach vorne. Der Pilzdschungel hat so langsam angefangen. Und die Laternen sind alle verschwunden. Schaut euch das mal an. Das tut sich einiges. Und jetzt werden wir noch ein bisschen weitere Pilze bauen. Und endlich mal den Bambusdschungel durchkommen lassen. Und vieles mehr mit schönen Details. Und ich hoffe mal, das wird ganz cool. Okay, ja, legen wir dann los. Falls ihr keine weiteren Folgen übrigens mehr verpassen wollt. Sofern es noch nicht habt, würdet es mich freuen, wenn ihr nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann kriegt ihr garantiert alles mit. Hilft mir an euch extrem. Aber ja, dann ist es so mit dem heutigen Video. So, und wir machen eine kleine Rund hier oben durch den Pilzdschungel durch. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen noch markiert, wo ich noch Pilze setzen will. Die aber noch nicht gebaut sind natürlich. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir hinten vielleicht sogar noch mehr Bäume machen können. Aber da müssen wir mal gucken. Die dauern halt immer ein ganzes Weilchen. Also, Laternen sind weggemacht. Hier sind Prismarin-Laternen drin. Äh, Seelaternen drin. Mit grünem Teppich drüber. So, das ist... Ja, keine Ahnung. Sieht irgendwie ein bisschen angenehmer aus. So, ohne die ganzen Laternen, ne? Also, die hier, die Laternen. Cool, wenn die jetzt nur noch von der Decke runterhängen. Und das habe ich gemacht, damit hier alles ausgeleuchtet ist. Keine Mobs spawnen können. Und es gleichzeitig schön aussieht. Ohne störende Leuchten eben. So, überall sind kleine Pilze vorhanden. Ich habe hier auch noch einen Baum fertig gebaut. Warte mal, welchen habe ich fertig gebaut? Den hier hinten war das, ne? Ne. War das hier der letzte? Ich glaube, das war der letzte. Doch, dann war das der, das der hier fertig gebaut hatte. Ging dann recht fix, wenn man so viele gemacht hat. Ich war mir überlegen, ob ich hier noch mal einen hinsetzen würde oder so. Müssen wir... Loll, geflogen. Müssen wir dann mal gucken. Aber, ähm, ja. Die Pilze sind ja customized hinplatziert und sehen hoffentlich ganz nett aus. Und da werden wir jetzt gleich ein bisschen weiterbauen mit Pilzen selbst. Wobei ich mir vielleicht ein paar Mushroom-Stamps noch besorgen muss. Eventuell gehe ich dafür mal so Dreizack-Farm ins Stark-Opium. Und da kann ich dann die Stämme abfarben, weil da waren noch Pilze und alles Mögliche. Und, äh, ja, da würde ich mich dann gleich mal losmachen. Außerdem fehlen mir auch braune Hütchen davon. Tja, ähm, was ganz in die Mitte kommt, kann ich dir hier noch nicht sagen. Eventuell bleibt das hier bei einem Weg. Und was hier vorne kommt, ich wollte eigentlich, wie gesagt, so ein Onsen machen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil ich nicht nach unten graben kann. Oder es wird eine Erhöhung gemacht, wo so ein felsiger Hügel drin ist. Das werden wir schon sehen. So, hier kommt eine Schmiede hin mit Details und vieles mehr. Aber da gucken wir mal. Gut, soviel zum Äußeren hier oben. Und jetzt gehen wir nach unten in die Base rein. Da hat sich auch was geändert. Der Ofen plus Anschluss ans Lagesystem plus Verarbeitungsschalter ist fertig. Ähm, das komplette Ofensystem hat sich erledigt. Die Zuckeraufhaben, die müssen wir noch machen. Kommt er demnächst noch. Aber hier, so wie ich es mir vorgestellt habe, das Ofensystem ist finished. Also wir müssen uns da keine Gedanken mehr machen. Und wenn ich da einmal so rumgehe, ähm, ihr seht, die Wasserströme sind jetzt überall vorhanden. Und die Einzelkisten können befüllt werden. Und ich würde da mal eine ganz kurze Demonstration machen. Nämlich, wenn ich einmal rangehe. Wir haben jetzt hier ja zum Beispiel Kelp drin, ne? Ich habe hier überall Schalter davor. Und wenn ich diese umlege, dann werden diese entsprechenden Materialien gebrannt. Wenn ich also beispielsweise... Boah, da kann ich irgendwas extra nehmen. Irgendwas extra aus der Sand. Was können wir denn mal kurz nehmen? Na, ist egal. Machen wir es einfach so. So, pass auf. Ich lege jetzt hier den Schalter um. Zack. Und ihr seht jetzt hier, wie das Kelp aus der Kiste rausgezogen wird. Und das wird automatisch in den Smokern gebrannt. Dann kann ich auch noch wählen. Joa, ich hätte auch noch gern hier Sand, welcher durchgebrannt werden soll. Hier läuft der gerade durch. Der wird jetzt auch zu Glas gebrannt. Und hier habe ich ein bisschen Spruce Logs. Die kann ich jetzt hier in diese Kiste... Also, da könnte ich jetzt mit umlegen. Dann würden die auch hier durchrauschen. Aber das waren jetzt nur die ersten beiden Ofensysteme. Das dritte System ist hier von einem manuellen Ofen. Da kann ich hier beispielsweise Logs reinlegen. Dann werden die rausgezogen und werden hier in dem Ofensystem gebrannt. Und ich möchte nicht, dass es zu viel ist. Deswegen mache ich hier mal wieder aus. Weil ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Und hier fliegen jetzt durch. Hier so flupp, 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 flupp. Da sind sie reingekommen. Hier hinten auch. Da fliegt Kelp. Flupp, 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 flupp. Und das Kelp landet dann hier drin. Mit durchgebrannt. Ah, das ist perfekt, perfekt. So, Sand habe ich ja ausgestellt. Deswegen kommt hier nichts mehr nach. Kelp da vorne ist jetzt auch ausgestellt worden. Und hier die zwölf, ähm, ja, Holste ich ruhig geworden habe, kommen auch hier hin. Und jetzt dauert das nicht lang. Und wenn ich jetzt hier reingucke, dann müsste ich bei Charcoal, hier sind jetzt drei Charcoal drin, da müsste jetzt gleich was nachrutschen. Bei gebratenem Kelp müssten, da sehen wir die ersten Ergebnisse, 13, die füllt sich jetzt auf. Und bei Glas müssten wir auch die ersten Ergebnisse in, 33, 34, komm schon. Also, das rutscht jetzt hier durch und es kommt automatisch ins, da, 34. Ha, so, ein Charcoal müsste jetzt auch gleich nachkommen. Äh, dauert kurz einen kleinen Moment. Aber der sollte jetzt auch gleich sofort nachrücken. Oder sofern jetzt nicht schon alles durchgekommen ist. Aber ich glaube, der muss noch ein bisschen brennen, oder? Ich glaube, der muss noch ein kleines bisschen brennen. Jedenfalls, ich kann mit einem Schalter umlegen, Materialien jetzt brennen. Ich kann das auch noch vermehren, ne? Also, ich kann jetzt noch andere Zutaten hier dazu tun und die ebenfalls mit durchbrennen. Ich habe auch gedacht, ich mache das hier so auf dieser Seite und nicht auf der Seite hier hinten, weil hier sind so Sachen drin, die da einfach gar nicht durchbrennen kannst. So Steine und alles Mögliche und Zeug, das ist eher uninteressant. Aber alles, was ich steuern kann, das kommt jetzt nach hier hinten. Daher die Frage, was könnte man hier noch einsortieren in diese Itemframes, was wir automatisch oder per Automatisierung durchbraten können. Also, idealerweise nur Sachen, wo man Dauer oder wo man oft viel von braucht. Wenn ihr jetzt sagt, Netherrack rein, dass man Netherbricks umwandeln kann, ja gut, das stimmt. Aber wann brauche ich das denn in der Praxis, weil ich brauche ja keine Netherrack-Blöcke. Aha, so, jetzt sind es schon acht. So, hier ist die Charcoal, kommt schon durch. Ja, natürlich, je länger ich das jetzt hier einschalte und umso mehr Materialien geschmolzen werden, umso schneller geht es dann auch pro Item, weil die Öfen sich hier jetzt nach und nach füllen. Wenn der erste voll ist, kommt der zweite, der dritte, der vierte, der führte, der führte, der sechste, der achte. So, dass immer acht Öfen parallel dann am Laufen sind und hier oben sehen wir dann auch, wie das Bambus rausgerutscht ist, rausgezogen wird wegen den Verbrennungsvorgängen. Da habe ich ein bisschen nachgelegt. So, und wenn ich dann wieder ernten will, ne, also ich produziere gerade zu viel, deswegen ist das hier nicht automatisiert, aber eventuell kann ich das so machen, dass ich hier nochmal eine Glock laufen lasse, dass immer geerntet wird und dass der Überschuss einfach gelöscht wird. Also, ich kann beispielsweise das so machen, dass das Wasser ja lang fließt, geht in die Giste dann rein und alles, was zu viel ist, das wird weiter geschwemmt und wird dann vernichtet oder so, in Lava gedroppt. Das wäre noch sehr andere Möglichkeit. Aber gut, soviel zum Base-Fortschritt und so wie der Ofen funktioniert. Das ist halt einfach genial. Alles, was ich brennen will, muss ich nur hier reinlegen und es wird automatisch durchgebraten. Beliebige Items, egal was. Und hier kann ich das natürlich einfach per Schalter dann steuern. Kelp geht in die Dings rein, hier geht es in die Glas und Holz geht in die normalen Öfen rein. Und hier hinten ist auch nochmal eine Kiste übrigens. Übrigens, hier kann ich Erze reintun für das Blast-Furnace-Array. Nämlich das hier. Da kann dann Erze, also alles, was in Blast-Furnace gebrannt werden kann, das kommt dann jetzt hier rein. Ich habe die Kiste mal lieber direkt hier hinten gemacht, weil wann habe ich denn vorne irgendwo Erze gelagert? In meinem automatischen Lagesystem. Viele vor allem, die ich mit einem Schalter umlegen muss. Ich dachte, ich mache es lieber individuell. Oder ganz streng genommen könnte ich auch hier die Kiste weglegen und könnte hier daneben stellen oder so. Und dann habe ich dabei nicht wegen Ultimo-Ofen, also Universal-Ofen und hier dann einfach Blast-Furnace oder sowas. Tja, aber die Einlagung geht automatisch, weil die Items, die werden dann, wie gesagt, hier unten rausgekickt. Ja, alles hier, hier seht ihr schon, alles kommt hier zusammen. Da kommt das Glas nochmal raus. Flupp und das fährt jetzt hier entlang und wird dann in mein Item-Kabel eingespeist sozusagen. Gut, so viel zur kleinen, aber feinen Rundtour. Ich hoffe, das war interessant. Dann legen wir jetzt los und bauen oben ein paar weitere Pilze hin und fangen dann vielleicht auch schon an, Bambus zu setzen. Ich würde gerne ein bisschen Fortschritt schaffen beim Bakesbau. Beziehungsweise wir gehen erstmal los und holen Mushroom-Stamps und auch ein bisschen Pilzblöcke, weil die fehlen mir. Ja, im Livestream habe ich da vorne schon sämtliche Pilze weggehäckselt übrigens. Da ist nämlich ja viel übrig. Und da mache ich mich mal ran. Leider hat meine Axt keinen Sektat. Deswegen muss ich mit der Picke oder mit der Schaufel hier rangehen. Und hier habe ich so einen richtig schönen langen Stamm am Start. Und ja, habe ich genug? Ich habe genug Rote. Ja, ich habe genug Rote. Pass auf. Um es möglichst schnell zu entfernen, damit es nicht doof aussieht. Obwohl streng genommen kann ich es auch einfach stehen lassen. Ich bin ja mitten in der Pampa. Äh, ne, ich nehme es lieber nochmal mit. So, her mit dem weißen Zeug. Einmal runterbauen. Ja, sollte fürs erstes wieder reichen. Also für so ein paar Pilze. Erinnert mich irgendwie ziemlich stark an die letzten Jahre. Wobei ich, also, wo habe ich auch einen Pilzen gebaut? Kann ich mal ganz kurz hier runter? Naja. Naja, solange der Pilz noch steht und dann ist es kaputt gegangen. So, wie viele Mobs sind hier einfach immer in den Dark Forests. Naja, die braunen Teile haben mir immer auch gefehlt. Die nehme ich auch nochmal mit. Und dann machen wir uns gleich zurück. Wieder back to the base. Und unter der Dreizeit fahren wir mal so ein schöner Spot einfach zum Farmen. Ich könnte auch mit Knochenmehl die hochzüchten, aber... Zu faul. Geh einfach hin und baue die einfach direkt ab. Geht in der Regel schneller. So, damit sollten wir doch jede Menge haben. Also, dann im nächsten Schritt gehen wir ran. Und bauen mal hier die Pilze auf. Ich habe bei den braunen Pilzen eher das Gefühl, dass da so spitzere, kleinere ein bisschen besser sind. Und deswegen baue ich die einfach mal so hin. Ja, der braune Block hier unten, der war nur als Deko oder als Richtgeber, welche Art von Pilzlock ich nehmen will. Und die braunen irgendwie so klein und spitz passt irgendwie, finde ich zumindest. Ich bin natürlich jetzt gerade verklickt. Und natürlich darf ich die auch nochmal neu setzen. Ja, man kommt einfach durcheinander. Auch man... Das Problem ist, wenn einmal hier so ein Block connected ist, ist Firearm. Dann entsteht nämlich diese spongige Textur. Aber so, dann machen wir die oben die Ecken weg. Und wir haben einen Pilz fertig. Ja, obwohl... Die müssen wir jetzt den weißen nehmen, so als Stämmchen. So, da haben wir auch so einen kleinen hingepackt. Und dann variieren wir ein klein wenig. Hier würde ich jetzt Rot nehmen. Den kann ich auch wieder einen kleinen Tacken größer machen. Also machen wir einfach mal... Geben wir mal hier so hoch. Müsste eigentlich auch schon reichen von der Höhe, ne? Einen würde ich noch gehen. Dann bauen wir hier mal zu. Auch wenn ich jetzt hier gucken muss, dass ich nicht zu groß mache. Ich glaube, den Zwo-Blockigen können wir machen. Also ich habe so ein paar verschiedene Gucken-Variationen, wo ich ein bisschen schaue, dass ich nicht immer die gleichen Pilze baue. Verdammt. Wieder daneben geklickt. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Verdammt. Nein, nicht diese schwammelige Textur. So in der Art. Dann machen wir hier nochmal einen. Nein! Ach man, dann verbrauchst du nicht einmal das Feierabend. So. Den da hin können wir... Oh, vielleicht kann ich ja so einen machen hier. So einen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Genau. Und dann... knicken wir die Ecken runter. So. So. Ach, verdammt. So und so und so und so. Ja, komm, dann mache ich es gleich so, wie ich es drüben auch hatte. Das heißt hier auch nochmal eins, zwei, drei. So ein bisschen Hanging. Kleines bisschen Hanging muss es sein. Eins, zwei, drei. Und auch hier wieder. Eins, zwei, drei. Und auch hier wieder. Eins, zwei, drei. So und so sollen die Pilze in etwa aussehen. Und da mache ich mich mal ran. Alle weiteren, die werden jetzt auch so gebaut. Oder so ähnlich gebaut. Oder ein Muster gebaut. Vielleicht kann ich mal einen roten Spitzen machen. Oder so ein kleines, ganz kleines bisschen variieren. Und dann wird das doch ganz fein. So, der kann weg. Und jetzt kann ich auch hier irgendwie sowas machen, wie... So, vielleicht, dass es irgendwie so hoch geht. Ja, oder wohl, jetzt haben wir jetzt natürlich wieder einen hier, der irgendwie doof aussieht. Machen wir den so. Von unten haben wir wieder Schwammtextur gehabt. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und oben kommen Laternen drauf. So wie von innen können wir auch Laternen dranhängen. Einfach nur, damit der entsprechend ausgeleuchtet ist. Gucken, dann brauchen wir uns hier hoch. Oh, ging ganz schnell an der Kante vorbei. Und ich setze noch mal eine Fackel, äh, eine Laterne oben drauf. Eine einzige. Schön. Jetzt haben wir einen schönen fein Pilz vor der Bude. Natürlich können wir noch lauter Kleine verstecken, ne? Also mal hier so einen kleinen Braun hier unten hin oder sowas in die Ecke, ne? Oder ein Block hoch und dann so ein Dreierhütchen oder so. Ne, so ein Fünferhütchen. Eins, zwei, drei, vier und eine oben drauf. Genau, das kriegen wir auch hin. So, dann mache ich jetzt noch hier die Pilze und hier vorne lasse ich erstmal komplett offen, ne? Da werden wir nochmal später machen. Aber als nächstes geht es dann ans Bambus, Leute. Bambus, Bambus, Bambus. Und ich habe hier so Wege gehabt. Die habe ich hier ein kleines bisschen, ähm, zugemacht, weil man mal im Boot oder so drüber geeiert ist. Und da werde ich jetzt ein bisschen strikt da ran müssen und den Weg noch ein bisschen etwas variieren. Ich glaube, ich werde ein bisschen Core-Stirt brauchen zum hier arbeiten. Schlank, nicht mal mit der Shop, wer drüber gebügelt. Ja, Core-Stirt brauchen wir. Und dann hier kann man auch aufmachen. So, da gab es ein paar Stellen. Wir können dann jetzt hier zum Shop direkt vorgehen, ne? So, dann müssen wir nicht mal ein Boot drüber fahren. Da ist doch schon mal was. Den können wir vielleicht machen. So, erhebe ich auch komplett zu. Also hier ist kein Weg. Irgendwie hier so entlang. Irgendwie sowas. Genau. Da auch nochmal einen weg. Ich komme leider nicht drumrum, den grünen Rasen da zu lassen, ne? Wird leider etwas unmöglich sein, da drumrum rumzukommen. So, und hier hatte ich nochmal was zugebaut, damit man ein Boot drüber fahren kann. Brauchen wir aber auch nicht. So, sowas in den Dreh. Okay, ja, dann machen wir mal die Pilze und dann geht es weiter mit Bambus. So, dann würde ich sagen, die Pilze sind platziert. Ich habe auch hier ein kleines bisschen variiert, indem ich es so ein bisschen runterhängen gelassen habe. Und, ja, macht ein bisschen mehr her. Und jetzt kommt als nächstes, ganz wichtig, Le Bambus. Ich würde versuchen, Potzol zu vermeiden. Das macht es immer so braun. Das hat man bei dem Panda-Geek schon gesehen. Aber ich werde es an entsprechenden Stellen, wo es einfach passt, Bambuspflanzen setzen und das auch hier so hochwachsen lassen und auch ein bisschen anpassen, so wie im Gehege unten. Dafür brauche ich tonnenweise davon und natürlich auch tonnenweise Fäden. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, ob ich es irgendwann mal nachschuppe soll. So, ich glaube, ich habe noch so viele. Auch für Scaffoldings und alles mögliche. Geht noch. Ich nehme mal zwei Stacks davon und von dem Bambus eine ganze Wagenladung, wenn es geht. Aber das hole ich gerade mal nicht aus diesen Kisten hier, weil da ist ja noch viel drin. Sondern ich mobs das mal direkt aus dem bereits, wie gezeigt, fertigen Ofen. Oh, jetzt noch was nachgerückt hier oben. Da glaube ich, sieht ganz gut aus. So, eine ganze Wagenladung Bambus holen wir mal und auch etwas Hilfsblöcke zum Hoch und Runterbauen. Da würde ich tatsächlich mal bei Klingzern bleiben. Gut, und dann geht es auch schon los. Ich würde hier so Spots machen, so Patches, wie wir hier haben. Die Pflanzen, die jetzt auf der Hinterseite sind, die wachsen ein bisschen höher als die, die davor sind. Und das Höhenwachstum ist mit Strings begrenzt. So, also mit uns mal die passenden Spots raus. Ich glaube, das wird richtig geil aussehen. Und da muss ich auch noch mal hin. Gefällt mir noch nicht, dass hier das ganze Gemüse runterhängt. Ich bin mal neulich ran, habe hier auch schon mit der Lightroom also abgebaut. Hier die ganzen Lianenteile und alles mögliche. Ich hoffe mal, dass wir den hier auch noch mal irgendwie wegkriegen. Da wächst es noch etwas, ein bisschen zu viel drüber. Das mache ich schon nicht so. Aber gucken wir mal. Fertige Hegel soll eigentlich weg. Das heißt, das muss ich umverlegen, dass wir irgendwie den Berg reinmachen, dass wir so einen Weg reingeben. Wir müssen mal gucken. Ah, aber dann würde ich mal sagen. Warte mal kurz, habe ich so ein Bone Meal gemacht? Ja, ich habe das mit Bone Meal gemacht. Was mache ich da eigentlich? Ich brauche noch Bone Meal. Hups. Ja, dann machen wir das doch mal. Beziehungsweise eigentlich würde ich den gerne hier hinten hochwachsen lassen, wenn du mich fragst. Problem ist nur, hier kommt die ganze Lianengeschichte runter. Wisst ihr auch einfach nicht los, ne? Ich will die irgendwie nicht anzöten, nicht, dass hier die ganze Bude brennt. Deswegen belassen wir das mal dabei. Aber wenn ich jetzt hier hinten so hoch mache, das darf ja ruhig schon ganz schön hoch sein, ne? Beziehungsweise, ja, komm, man steht ja Karotten. Das ist jetzt wieder ein bisschen Fummelarbeit. Aber ich denke mal, dass so eine ganz angenehme Höhe hier... Verdammt, das wird sowieso wieder sofort nachwachsen hier. Aber ich möchte wirklich alles perfekt machen und jedes Bambus bis zu einer Spitzchenhöhe einschränken. So können wir den... Ja, doch, der würde gehen. Vielleicht eins niedriger. Würde ich sagen. Zack. Da darf ich mal ein bisschen höher sein. Und hier soll es dann reingehen ins Pferdegegel. Das ist in der Wand da drin. Das ist so eine Cave vielleicht. Weil Skelettpferde sind ja irgendwie ein bisschen böse. Und ne, das ist ja so eine Art Skelettreider auf Doom. Kriegen wir hier oben. So, Faden ist drauf. Ja, und jetzt geht das so weiter die ganze Zeit. Hier vorne machen wir ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner als das. So eine Art. Kann man vielleicht so lassen. Den können wir noch ein bisschen höher dennoch machen. Ja, genau so. Genau so. Faden drauf. Und dann machen wir... Das war natürlich jetzt nicht geplant. Bambus zuerst. So eine Art. Gehen wir da hoch. Wieder runter. Und wir können noch lauter Bambussprossen jetzt hier unten setzen. Die müssen ja gar nicht mal ausgewachsen sein. Einfach irgendwie so eine String drüber. Perfekt. Dann da und da und da. Und überall Faden drauf. Den. 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 Und dann haben wir so eine kleine, aber feine Bambusecke. Irgendwie so. Und das reicht auch schon für diesen Patch. Vielleicht doch mal einen an einem Puzzleblock am Boden. Oder irgendwie sowas. Aber das geht schon. Und hier vorne können wir ebenfalls wieder ein bisschen hochziehen. Soll ich direkt... Ich mach direkt am Fenster mal. Direkt vom Fenster ziehen wir hoch. Ja. 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 Wird oben begrenzt. Ganz natürlich durch das Ding. Das ist okay. Würde ich hier so machen. Das sind so jetzt die beiden Hauptstämme. Und die anderen mit einem krasseren Höhenabfall nach vorne oder so. Der ist... Das will ich gar nicht so viel machen. So kann man mal machen vielleicht. Und hier kann man den so machen. Und da kannst du mal einpicken. Irgendwie so oder so. Das reicht schon. Den. Den. Und da auch noch einen drauf. Genau. Und jetzt werde ich noch so ein kleines bisschen weiter machen. So ein paar Patches setzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da haben wir noch ein kleines bisschen Fortschritt. Ich hab hier vorne auch schon mal gebastelt. Aber beim Shop sieht's jetzt mal so aus. Die nächste Detailebene ist fertig. Tja. Jetzt heißt es noch viele Sachen im Boden ergänzen. Und Gras. Und andere Grünzeug machen. Vielleicht ein bisschen was an das Panda-Paradies unten erinnert. Oder einfach noch ein kleines bisschen mehr ausstatten hier. Tja. Vielleicht sogar 2 in 1. Dann hab ich nicht mehr so viele Vandalen hier. Die so viel hier, hier, hier. Immer Schilder platzieren. Oder Sachen kaputt machen. Da 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 da. Da 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 da. Ich hoffe mal, dass sich das dann in etwas mehreren Grenzen hält. Wenn einfach hier ein bisschen man sieht, dass viel dekorativer geworden ist. Ich war mir überlegen, noch so Kristalle reinzubauen aus farbigem Glas. Dass wir ja vielleicht irgendwie anstelle von, ähm, weiß ich nicht, so einer Seelaterne nehmen können. Und dann farbiges Glas außenrum basteln. Irgendwie so lila vielleicht. So blau und roten Farbstoff. Also rot ist ja wie gesagt wieder easy hier, ne? Oh man, ich muss bald mal Poppies wegschmeißen. Die staunen sich hier komplett voll. Und ich hab auch viel zu viel Bammus mitgenommen. Das meiste züchte ich eh mit, äh, Knochenmehl hoch. Das schmeiß ich mal gerade von einem gewissen Teil wieder raus. So, und dann, ja, das kann weg. Hier, warte mal. Behalte ich gerade noch, falls ich irgendwann mal gelben Farbstoff brauche. Und, äh, Lapis. Muss, wo ist eigentlich Lapis drin? Lapis? Ne, Lapis, 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 Lapis. Hat sie die blauen Farbstoffe irgendwo hier? Ja, ich guck mal. Ja, Lapis haben wir natürlich hier oben noch drin. Hätte ich mir jetzt gedacht. Ja. Ziehen wir raus. Das ist so lila Kristalle irgendwie so. Ich glaube, lila passt extrem gut hier rein. So ein blöder. Einfach genauso viel wie auch hier schon. Und dann ein Crafting Table zusammen zu Purple. Und dann können wir auch das Glas damit formen. Rest Lapis zurück. Und Glas habe ich ja hier vorne jede Menge. Beziehungsweise, ich tausche das halt die ganze Zeit. Ich habe hier einen neuen Trade, noch freigeschaltet. Ein Villager-System da hinten. Das habe ich in einer kleinen Bonus-Folge gemacht. Die ist nur für Kanalmitglieder verfügbar. Keine Sorge, keine Paywall. Ich habe es im Stream aufgenommen. Also streng genommen kann man es auch da nochmal nachschauen. Aber ich wollte mich bei den Kanalmitgliedern auch mal bedanken. Das haben wir schon 100 gesehen oder so circa. Nach oder am ersten Tag. Das ist super nice. Kanalmitglied gibt es bei mir ab 99 Cent. Ich schalte es einfach gleich für alle frei. Aber nur, wenn es interessiert. Wer es nochmal sehen möchte. Vielleicht ist das eine Option. Oder halt im Stream nachschauen. Und da habe ich wieder ein Glas-Trailer drin. Und da kommt ein bisschen was zusammen. Das ist ganz nice. So, dann packen wir mal hier rein. So, hier da. Glas. Ein Stack für den Anfang. Ich hoffe mal, das ist okay. Ab zum Craf... Ich brauche hier noch ein Crafting Table. Ab zum Crafting Table. Dann mache ich mal hier auch so ein Stack Purple Stained Glass. Und dann brauche ich nochmal Seelaterien. Die habe ich im Inventar. Und dann kann man da so Kristalle machen. Oh, ja. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Vielleicht auch nochmal hier so ein Glas Paints oder so dazu. Und dann... Der soll ja ein Zauber. Also, vielleicht kann ich die Kristalle schwebend machen in der Luft. Etwas über den Pilz. Also, vielleicht kann ich ja irgendwie hier so ein Schwebend so ein Kristall machen. Irgendwie so bei den Bambus. Kann ich mich hier hochbauen? Ja, das geht. Genauso wie nämlich kein Block. So. Ja, wo sind die Scaffoldings? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So, und eventuell kann man jetzt das hier so machen. Dann haben wir so eine Glasscheibe setzt. Und dann haben wir meinetwegen zwei Glasscheiben. Dann machen wir hier sowas dran. Ja, und dann können wir sicherheitshalber hier mal sowas bauen. Ich weiß nicht, wie es aussieht von unten. Ich versuche gerade rein nach Vorstellung einfach zu bauen. Kann sein, dass es geil ist. Also, entweder Hui oder Pfui. Aber sehen wir dann gleich. So, manchmal so einen kleinen fürs Erste. So, und dann machen wir hier nochmal. Da einen oben drauf. Okay, und dann gehen wir mal hier runter. Geht eigentlich, oder? Finde ich ein bisschen arg weit oben schwebend. Oder brauchen wir wirklich Beleuchtung drin? Hm, ein bisschen niedriger, oder? Wir können das niedriger setzen. Wir können das wirklich, wirklich niedriger setzen. Ähm, ich würde sagen, dass es schon hier unten anfängt eigentlich. Kann ich nur hier eben kurz rüberbauen. Und dann hole ich mir die Materialien mal wieder, indem ich jetzt einfach hochgehe. Aber eventuell können wir solche Kristall... Ja, wir waren ein bisschen echt weit oben jetzt. Ich dachte, ich wollte nicht zu niedrig machen, aber... Geht von der Beleuchtung, vom Aussehen her, ja. Oder ohne leuchtenden Kern. Vielleicht ist der leuchtende Kern drin too much. Oder auch nicht unbedingt. Oder vielleicht einfach einen kleineren... Also nicht zwei solche Glasscheiben, sondern nur eine. Wollen wir den, 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 oder so. Tja, nehmen wir mal mit. Ich mach mal zwei übereinander einfach hier. So, das muss jetzt aber... Muss jetzt, muss jetzt passen hier. Let's see, wie es denn von unten aussieht. Purple Glass. Ja, ja, kann man mal machen. Ja, 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 ja. Ja, würde ich, würde ich, würde ich mal sagen, behalte ich, lasse ich. Vielleicht kann ich noch die lila und rote Kristalle hier so einbauen. Eventuell vielleicht sogar können wir hier noch einen machen. So direkt am Haus oder so. Oh, eigentlich kann ich direkt eine Seelaterne. Hier sitzen ich schon nie. Als Fantasiewald. Irgendwie sowas. Genau, so ein kleiner Kristall noch drin. Obwohl, der ist mir nicht länglich genug. Der muss länglich sein. Ansonsten ist das zu kugelförmig. Sonst sieht es nicht nach Kristall aus. Sondern irgendwie nach so einer kleinen Kugel. Also wenn ich die Glasscheiben nehme, muss ich tatsächlich so einen länglichen Kristall, glaube ich, nehmen. So, ja, 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 ja. Ja, vielleicht einzeln verteilt. Wie gesagt, das kommt dann so Stück für Stück. Aber das ist vielleicht noch so ganz gut als Akzent oder wie auch immer. Tja, da müssen auch noch mehrere dazu. Oder irgendwie halt an passenden Stellen vielleicht zumindest. Aber das würde vielleicht zu weit gehen. Ihr sagt mir mal ganz schön in den Kommentaren, was haltet ihr von den Veränderungen? Findet ihr das Ganze cool, was hier passiert? Vielleicht kann ich sogar noch eins runtersetzen. Einen Block oder so. Mann, 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 Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's im Livestream oder in der nächsten Folge. Bis dahin, lass gachen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.